Was ist das Vorgebeugte Seitheben? Wir müssen den Oberkörper darauf achten, dass der Oberkörper stabil bleibt, ohne große Zusatzbewegungen aus dem Oberkörper arbeiten, unter Belastung ausatmen und leichten Winkel im Ellbogen. So, das Vorgebeugte Seitheben mal aus einer anderen Perspektive. Wie man hinten sehen kann, der Rücken sollte natürlich gerade sein, leichte Vorbeuger aber gerade, mit einer Beckenbodenspannung arbeiten, Brustelbusser ist aufgerichtet. Und dann gleichmäßig bewegen, ohne zusätzlichen Oberkörper Schwung zu holen, sodass die Last natürlich auch in der hinteren Schultermuskulatur hauptsächlich eingeleitet wird und nicht über den Rücken abgefertigt wird. Vorgebeugte Seitheben aus einer ganz anderen Perspektive. Man sieht, dass die Schulter wieder nach innen rotieren, dass die Linie der Handgelenke auch in dem Bereich bleibt, wo die Last eingeleitet wird. Schöne, saubere, langsame Bewegungsausführung, sodass die Last natürlich auch korrekt dort ankommt, wo sie hin sollte. Und natürlich unter Belastung ausatmen, sehr schön. So, und das ist natürlich die Variante, wie man es nicht machen sollte, wie man aber häufig sieht. Wie man sieht, die Wirbelsäule ist natürlich gekrümmt, dann natürlich keinerlei Spannung im Körper, der Kopf natürlich noch ganz stark aufgerichtet, was natürlich beim Umlenken der Last über die Halswirbelsäule abgefertigt wird. Bitte so das vorgebeugte Seitheben nicht ausführen. Das war's zum Thema Training, funktionales Krafttraining in Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitnesstraining. In Kürze geht's bald weiter. Mit Ramona, mit Angie, der Geschäftsführerin von Venice Beach, wir werden dann im Laufe der Zeit den kompletten Maschinenpark von Venice Beach durchhaben, sodass ihr die Möglichkeit habt, euch über einen Clip zu informieren, wie man die Geräte richtig bedient. Das war's, Andreas Trümbacher, Personal aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.